Moin Leute Willkommen zu einer kleinen neuen Runde Call of Duty Black Ops Cold War Wir spielen jetzt mal hier eine Runde Stellung auf der Karte Satellit Das ist diese wüstenartige Map und hier waren wir ja bis jetzt noch gar nicht in einer Folge Deswegen mal sehen wie das Match wird Aua 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 Ja die Stellung ist auf jeden Fall gerade gerade hart umkämpft Ah da hat es mich leider erledigt Ich muss geradeaus mal wieder hier rein kombischen So Ist da nie jemand? Ja Das auch noch Ach du schreck 3 Leute sind dort gekommen Okay hätte ich keine Chance gehabt Stellung identifiziert Der hätte ich gesagt Keine Chance gehabt Oh Hi 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 No 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 Oh Nein blöde Waffe schon wieder nachladen Haben die Stellung verloren Oh gut So erstmal kurz hier bleiben Granate da drüber Nein Ich habe ja gerade keine Granate dabei Bei der Klasse hier Okay Mini hier hinhauen Die hängen hinten alle hinter dem Hügel Der Hügel hier Eher ist nicht sowas von ein Battlefield Also daran denke ich zumindest wenn ich den hier so sehe Wenn die Leute hier alle so dahinter hängen und so weiter Also endlich habst du dann eine Battlefield Karte von damals Aber nun gut ich muss auf jeden Fall sagen das ist eine coole Karte an sich hier Ich glaube die Karte gehört mit zu meinen Lieblingsmaps Mit Moskau zusammen Würde ich jetzt einfach mal so sagen Aber nun gut jetzt gibt es halt auch nur drei Karten hier Ist ja auch noch die Alpha Zack So gut soweit So gut soweit Danke für die Hilfe Spionage Flugzeug bricht überflug ab Danke für die Hilfe Spionage Flugzeug bricht überflug ab So wir sind drin Ah da hat er mich weg geholt Schön standhaft bleiben hier Na ja ich sag mal so Sieht aber auch dennoch schlechter aus gerade Die Feinde führen Aber auch nur ja etwas knapp etwas ja Ich muss aber jetzt noch viel mehr hier rein gehen Auf jeden Fall Ich will ganz gerne dafür sorgen dass ich gleich bin Ja war klar dass wir jetzt hier gesprengt werden Die Artillerie Ja war logisch dass er die hier drauf hat Auf den Ort den wir einnehmen müssen Nein Ach komm wir müssen mal mehr Leute mit rein gehen Was machen die denn alle hier hinten Komm wir müssen alle hier hoch rennen mehr Ja wird nichts mehr Obwohl Ja Es ist noch nichts verloren Also an sich ist noch nichts verloren Ach da wartet er mit der Shotgun Oder was das auch immer war Komm Stellung gesichert Stellung wird umkämpft Stellung identifiziert Stellung wird umkämpft Stellung identifiziert Bei einem kampf schrauben Kampf – Hubschrauber im Anflug Kampf – Hubschrauber auch noch Kampf – Hubschrauber auch noch Großartig Großartig Komm Schnell zu Stellung wieder Hilfe ja er hat mich auch noch der kampfschrauber wäre ja und auf den feuern raum ich gar nicht probieren überhaupt nicht probieren wieder weg geholt kommen jetzt rein die zone was waren sie hier hier da rennen sie doch lang aber die müssen hier rein so ich habe mal angriffshalee jetzt ich weiß dass die in führung liegen ich habe auch schon einen kleinen plan wir haben artillerie her gut sehr gut komm 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 ok nächste stellung ist er denn wieder dran so ich bin drin nein ist gut unsere jungs sind wieder drin wieder draußen mr spawnpunkt ist recht weit weg vom ziel nein näher so verloren haben wir auf jeden fall das ist klar gewinnen tun wir nicht mehr stellung wurde gesichert ja das geht noch kurz ich muss sagen ich würde ganz gerne die 50 kills voll machen wollen aber da fehlt noch was ja nicht viel schade 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 aber trotzdem schöne runde wie finde hat mir auf jeden fall schwarz gemacht es war verloren diesmal letzte folge haben wir dafür gewonnen dafür haben wir auch diesmal eine schöne killserie wir hatten schön viele kills bin ich zufrieden mit hat spaß gemacht auf jeden fall damit würde ich dann noch sagen leute machen wir schluss mit diesem video das ist gerne eine bewertung noch mal zum schluss da schreibt auch gerne einen kommentar und bis zum nächsten mal tschüssi anschließend Vielen Dank.